Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 9506 Kilometer nach Osten, 1247 Jahre in die Zukunft. Hallo und willkommen, liebe Mitreisende. Es ist soweit, es ist wieder Freitag und wir haben uns wieder hier im Cockpit von unserem Raumzeitschiff eingefunden. Wir, das sind der Jan. Hallo da draußen. Und ich, der Chris. Und wenn ihr meine Stimme in der Anmoderation hört, dann wisst ihr, dass es an Janne ist, eine Geschichte vorzutragen und ich hoffe, dass er eine mitgebracht hat. Ich bin an der Reihe, etwas vorzutragen. Ich habe etwas mitgebracht, aber es ist kein Gedicht, das ich jetzt zum Westen gebe. Das finde ich ganz beruhigend irgendwie. Es wäre auch ein ganz schön langes Gedicht geworden. Chris, nach deiner doch recht grausamen Geschichte vom Einsturz der Arena in Fidine letzte Woche, habe ich ja so ein bisschen angesagt, ich werde zu einem schöneren Thema kommen. Ich kündige dann jetzt direkt am Anfang der Folge an, ist nix geworden. Super. Aber dafür sind wir zumindest mal wieder nach Asien gereist. Da waren wir schon etwas länger nicht mehr. Und irgendwie werden das heute auch so ein ganz kleines bisschen Zweigeschichten werden, die aber durch genau ein Wort miteinander verbunden sind. Und? Nee, nicht ganz. Also, du hast noch zwei weitere Versuche. Schauen wir mal. Es ist das Jahr 1274 und wir stehen hier mit unserem Raumzeitschiff an der Hakata-Bucht. Und zwar direkt im Hafen der Stadt, die heute ein Teil von Fukuoka ist. Ganz offensichtlich sind wir also in Japan gelandet. Und Japan steht zu diesem Zeitpunkt eine wirklich schwere Prüfung bevor. Aber um erstmal ein wenig in den Kontext der Zeit reinzukommen, mal folgende kleine Hintergrundinformationen. Es ist nicht mal 100 Jahre her, dass ein Mann namens Genghis Khan mit seinen mongolischen Truppen in Asien so ziemlich alles erobert hat, was es zu erobern gibt. 1227 ist er gestorben und hat ein Weltreich hinterlassen. Entgegen aller Traditionen, aber ganz getreu seinem Grundsatz, dass Kompetenz und Eignung entscheidend sind, hatte er noch zu Lebzeiten auf der Reichsversammlung von 1218 seinen zweitjüngsten Sohn Ögedei zu seinem Nachfolger bestimmt. Es war eigentlich bei den Mongolen normal, dass der jüngste Sohn die Nachfolge des Vaters antrat, aber er hat das halt eben nicht gemacht. Getreu dieser Vereinbarung von 1218 wurde auf einem Reichstag im Jahr 1229 der neue Großkahn Ögedei zum Herrscher aller Mongolen ausgerufen. Außerdem wurden die unterworfenen Völker und ihre Gebiete unter Chagatai, Ögedei und Tolui sowie den Nachkommen des verstorbenen vierten Sohnes Chachi aufgeteilt. Jeder bekam sein eigenes Teilreich. Diese Teilreiche nannte man Kanat. Und wir bleiben mal bei Tolui. Der wiederum hatte auch mehrere Kinder und für unsere Geschichte relevant werden wird sein viertes Kind, Kublai. Kublai Khan, also der Enkelsohn des großen Genghis Khan. Kublai Khan war ab 1271 Kaiser von China und damit der Begründer der Yuan-Dynastie, die noch bis 1368 über China herrschen sollte. Er schickte mehrfach Gesandte nach Japan, da er die Unterwerfung Japans forderte, aber seine Forderungen wurden von den Japanern schlichtweg ignoriert. Das lässt sich aber ein Mann mit dem Nachnamen Khan wohl insbesondere zur damaligen Zeit nicht besonders gern gefallen und so wurden Pläne für eine Invasion Japans geschmiedet. Im April 1274 wurde damit begonnen, über 15.000 Mann für eine Invasion zu mobilisieren und eine große Menge an Menschen wurde zum Schiffsbau für die Invasionsflotte herangezogen. Die Flotte sollte zunächst die Inseln Tsushima und Iki angreifen, bevor es in der Bucht von Hakata auf einer der Hauptinseln an Land gehen sollte. Der japanische Verteidigungsplan gegen die Chinesen bestand simpel und einfach darin, sie an jedem Landungspunkt mit Gokenin anzugreifen. Gokenin bedeutet übersetzt so viel wie ehrenwerte Hausleute und das war ein Adelstitel, der in Japan für direkte Vasallen des Shoguns verwendet wurde. Sowohl die Yuan als auch die japanischen Quellen übertreiben die Zahl der gegnerischen Truppen. Die Geschichte von Yuan beziffert die Zahl der Japaner auf 102.000 und die Japaner behaupten, sie seien zahlenmäßig mindestens 10 zu 1 unterlegen gewesen. Dementsprechend eine Million gegen 100.000 zur damaligen Zeit, das sind Fantasiezahlen, kann man definitiv sagen. Schlussendlich gibt es keine zuverlässigen Aufzeichnungen über die Größe der japanischen Streitkräfte, aber Schätzungen gehen von einer Gesamtzahl von etwa 4.000 bis 6.000 aus. Die Yuan-Inversionsstreitkräfte bestanden vermutlich aus ca. 15.000 mongolischen, chinesischen und jürgenischen Soldaten, 6.000 bis 8.000 koreanischen Soldaten und 7.000 Seeleuten. Die Invasionstruppen brachen am 2. November 1274 aus dem heutigen Korea auf und begannen zwei Tage später mit der Landung auf der Insel Tsushima. Die Hauptlandung erfolgte am Strand von Komoda in der Nähe von Sasura. Weitere Landungen erfolgten in der Meerenge zwischen den beiden Inseln von Tsushima sowie auch an zwei Stellen auf der nördlichen Insel Kamino. In Sasura wurde die Invasionsflotte vor der Küste gesichtet und das gab dem stellvertretenden Gouverneur die Möglichkeit, zumindest noch eine gewisse kleine eilige Verteidigung zu organisieren. Mit 80 berittenen Samurai und ihrem Gefolge stellten sich die Japaner dieser Invasionsstreitmacht entgegen. Die Mongolen landeten am 4. November um 2 Uhr morgens, ignorierten die japanischen Verhandlungsversuche, die zunächst kamen, schossen mit ihren Bogenschützen und zwangen die Samurai sehr, sehr schnell zum Rückzug. Die kleine Garnitionstruppe auf der Insel wurde schnell besiegt und einen letzten japanischen Kavalerieangriff schlugen die Invasoren bei Anbruch der Dunkelheit zurück. Nach ihrem Sieg bei Komoda brannten die Yuan-Truppen die meisten Gebäude in der Umgebung von Sasura nieder und ermordeten die meisten Einwohner. Sie brauchten aber die nächsten Tage, um die komplette Kontrolle über Tsushima zu erlangen. Die Flotte verließ die Insel am 13. November und griff dann Iki an. Wie schon auf Tsushima verteidigte sich auch der Gouverneur von Iki mit 100 Samurai und der bewaffneten Bevölkerung, bevor er sich bei Einbruch der Nacht in seine Burg zurückziehen musste. Am nächsten Morgen war er von den Yuan-Truppen umstellt. Er wusste, dass die Niederlage unausweichlich war und schickte seine Tochter mit einem vertrauenswürdigen Samurai auf einem geheimen Weg zum Ufer, wo ein Schiff wartete, das beide zum Festland bringen sollte. Mongolische Bogenschützen entdeckten sie und die Tochter des Gouverneurs wurde getötet, aber dem Samurai gelang es, dann in die Hakata-Bucht zu kommen und diese Niederlage auf der Insel Iki zu vermelden. Die Flotte überquerte das Meer und landete am 19. November in der Hakata-Bucht. Am folgenden Tag kam es zur Schlacht von Bunai, auch bekannt als erste Schlacht in der Hakata-Bucht. Nach der Landung übernahmen die Mongolen rasch die Stadt, wurden kurz darauf jedoch von einer großen oder zumindest etwas größeren Anzahl von Samurai angegriffen. Diese waren anfangs hoffnungslos unterlegen. Sie waren eigentlich daran gewöhnt, Mann gegen Mann einzeln zu kämpfen und hatten der Organisation der Angreifer wenig entgegenzusetzen. Denn die Mongolen kämpften zu Pferd, schossen Dichtesalven von Pfeilen in die Samurai-Gruppe und nutzten in ihrer Infanterie auch phalanxartige Taktiken, bei denen sie die Samurai mit ihren Schilden und Speeren auf Distanz halten konnten. Obwohl sie die Mongolen nicht besiegen konnten, kämpften die Japaner aber dauerhaft weiter oder zumindest erstmal lange weiter und verursachten hohe Verluste. Trotz der anfänglichen Erfolge verfolgten die Mongolen die Samurai nicht weiter ins Landesinnere zu den Verteidigungsanlagen. Das ist wahrscheinlich der fehlenden Ortskenntnis geschuldet und auch der Erwartung japanischer Verstärkung. Die Mongolen, die nach einigen Meinungen schon eigentlich sogar nur eine Erkundungstruppe und nicht die Hauptinvasionsmacht gewesen sein sollen, zogen sich auf die Schiffe zurück, vielleicht um sich neu zu gruppieren und am folgenden Tag erneut anzugreifen. Und in der folgenden Nacht verloren die Mongolen durch einen Sturm etwa ein Drittel ihrer Flotte. Sie zogen sich wohl auf Drängen ihrer koreanischen Seeleute und Kapitäne hin, dann tatsächlich komplett nach Korea zurück. Dieser Sturm wurde von den Japanern als göttlicher Wind bezeichnet, der wirklich direkt von den Göttern geschickt worden war, um Japan zu retten und vor der Invasion durch die mongolischen Horden zu beschützen. Aber den Japanern war klar, das wird sich der gute Kublai Khan noch weniger gefallen lassen, denn der lässt sich von Japanern nicht gerne irgendwas sagen und vom Wetter mit Sicherheit noch weniger. Es war also klar, es würde ein weiterer Versuch einer Invasion kommen. Und nach dieser ersten Invasion oder nach diesem ersten Versuch von 1274 unternahm Japan Anstrengungen, um sich gegen eine zweite Invasion zu verteidigen, weil sie sich sicher waren, auch selber, dass die kommen würde. Sie organisierten die Samurai von Kyushu besser und ordneten den Bau von Festungen und einer großen Steinmauer sowie anderer Verteidigungsanlagen an vielen potenziellen Landepunkten an. Darunter auch in der Hakata-Bucht, denn dort zum Beispiel wurde 1276 eine zwei Meter hohe Mauer errichtet. Außerdem wurden zahlreiche Pfähle in die Flussmündungen und die erwarteten Landepunkte getrieben, um die Landung der mongolischen Armeer zu verhindern oder zumindest deutlich zu erschweren. Kublai Khan sandte im September 1275 zunächst nochmal fünf Abgesandte nach Kyushu und deren Auftrag war, sich ganz klar zu weigern abzureisen, wenn sie keine Antwort, keine konkrete Antwort auf die Forderung nach Unterwerfung bekommen würden. Die Japaner reagierten darauf, indem sie die Abgesandten enthaupten ließen. Im Jahr 1275 wurden auf die gleiche Weise fünf weitere Abgesandte getötet, nur in einer anderen Stadt in Japan. Im Herbst 1280 hielt Kublai dann in einem seiner Sommerpaläste eine Konferenz ab, um Pläne für eine zweite Invasion Japans zu besprechen. Der Hauptunterschied zwischen der ersten und der zweiten Invasion bestand darin, dass er im Jahr 1279 die Eroberung der Song-Dynastie abgeschlossen hatte. Und dementsprechend hatte er die Möglichkeit, also die Song-Dynastie war eine zweite Dynastie in China, hatte er die Möglichkeit, einen Angriff von zwei Seiten auszustarten. Die Invasionsstreitkräfte stammten aus verschiedenen Orten und auch aus verschiedenen Quellen. Es gab zum Beispiel wohl nach Aufzeichnungen auch Kriminelle mit umgewandelten Todesurteilen, wenn sie denn zumindest sich an der Eroberung von Japan beteiligen würden. Mehr als 1500 Schiffe wurden angefordert, 600 aus Südchina, 900 aus Korea. Berichten zufolge wurden 40.000 Soldaten in Korea und 100.000 in China zusammengezogen. Die Zahlen sind wahrscheinlich übertrieben, aber die Hinzunahme der südchinesischen Ressourcen bedeutete wahrscheinlich, dass die zweite Invasionsstreitmacht zumindest um ein Vielfaches größer war als die der ersten Invasion. Über die Größe der japanischen Streitkräfte ist wiederum nicht wirklich etwas Klares bekannt. Der Befehl für die zweite Invasion kam im Jahr 1281. Zwei Flotten würden vorbereitet, die zusammen eben diese knapp 140.000 Soldaten und Matrosen umfasst haben sollen. Würde diese Zahl stimmen, da komme ich später noch etwas mehr im Detail zu, wäre diese Invasionsflotte die größte der Menschheit gewesen bis zur Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg. Was schon echt eine Ansage ist, weil nochmal, wir sind hier effektiv im tiefsten Mittelalter. Wir sind im 13. Jahrhundert. Und wir sprechen vor allen Dingen von einer größeren Strecke, die übers Meer zurückzulegen ist, als das bei den Alliierten der Fall war. Der mongolische General Arakan wurde zum Oberbefehlshaber der Operation ernannt und sollte mit der Flotte der Südroute reisen, die unter dem Kommando von Phan Wenyu stand. Aber durch Versorgungsschwierigkeiten konnten sie erst später los und dementsprechend konnten sie ihren Plan nicht einhalten. Die Armee der Ostroute stach am 22. Mai von Korea aus in See und griff am 9. Juni zu Shima an und am 14. Juni dann Iki. Die Armee der Ostroute sollte in Iki auf die Armee der Südroute warten. Also die einen sind nach Osten gefahren, um anzugreifen, die anderen sind nach Süden, Richtung Japan gefahren, um anzugreifen. Aber die Befehlshaber missachteten den Befehl und machten sich auf den Weg, um in das japanische Festland einzudringen, noch bevor der zweite Teil der Armee da war. Sie brachen am 23. Juni auf, eine ganze Woche vor der erwarteten Ankunft der Armee der Südroute am 2. Juli. Die Armee der Ostroute teilte ihre Streitkräfte dann nochmal in zwei Hälften und griff gleichzeitig die Hakata-Bucht und die Provinz Nagato an. 300 Schiffe waren alleine am Angriff auf Nagato am 25. Juni beteiligt. Sie wurden aber zurückgedrängt und mussten nach Iki zurückkehren. In der Zwischenzeit griff eben der Rest des Heeres der Ostroute die Hakata-Bucht an, die mit der eben schon angesprochenen Verteidigungsmauer stark befestigt worden war. Einige mongolische Schiffe schafften es zwar zu landen, die Soldaten waren aber nicht in der Lage, die Verteidigungsmauer zu überwinden und wurden dann durch Pfeilsalven vertrieben. Da sie nicht an Land gehen konnten, besetzten die mongolischen Invasionstruppen die Inseln Shika und Noko, von denen aus sie weitere Angriffe auf Hakata starten wollten. Stattdessen aber starteten die Japaner nächtliche Angriffe an Bord kleiner Schiffe auf die Chinesen bzw. auf die mongolischen Truppen. Nachdem die Flotte der Südroute dann endlich mit der der Ostroute zusammengekommen war, brauchten die beiden Flotten einige Zeit, um sich vernünftig neu zu sortieren, bevor sie auf die Insel Taka vorrückten. Und nach der Einnahme dieser Insel ging es erneut in die Hakata-Bucht. Es folgte eine zweiwöchige Schlacht an vielen Fronten, die mit effektiv einem Patt, also einem Unentschieden, endete. Am 12. August wiederholten die Japaner ihre kleinen nächtlichen Angriffe auf die Inversionsflotte für eine komplette Nacht. Die Mongolen reagierten darauf, indem sie ihre Schiffe mit Ketten und Planken zusammenschlossen, um so eine Verteidigungsplattform zu schaffen. Und dann passierte etwas, das man sich in Sachen Zufall oder göttlicher Fügung kaum vorstellen kann. Denn am 15. August traf ein großer Taifun von Westen her auf die vor Anker liegende Flotte und verwüstete sie. Die koreanischen und südchinesischen Seeleute, die den herannahenden Taifun spürten, zogen sich zurück und legten erfolglos in der Bucht von Imari an, wo sie fast restlos vom Sturm zerstört wurden. Tausende von Soldaten trieben auf Holzstücken oder wurden irgendwo an Land gespült. Die japanischen Verteidiger töteten effektiv alle, die sie fanden, mit Ausnahme der Südchinesen, die ja gerade erst erobert worden waren, weil von denen hatten sie die Meinung, dass die mit Sicherheit gezwungen worden waren, sich dem Angriff anzuschließen. Ich habe es ja eben schon gesagt und viele moderne Historiker sind halt der Meinung, dass die Zahlen für diese Invasionsstreitkräfte übertrieben sind. So wie das eigentlich in solchen Chroniken, die man damals geschrieben hat, schon fast üblich war. Thomas Conlon von der Princeton-Universität schreibt, dass es möglicherweise so ist, dass es genau um eine Größenordnung, also eine Null, übertrieben ist. Ja, also statt 140.000 Soldaten und Matrosen hat er sich überlegt, es könnte wohl eher sein, dass es vielleicht 14.000 waren und tippt er oder geht eher davon aus, dass es eigentlich nur wahrscheinlich um die 10.000 waren. Andere Historiker gehen zwar davon aus, dass Conlon mit dieser Behauptung grundsätzlich recht hat, aber sie streiten sich halt ganz extrem über die Zahlen. Sie wird irgendwo wahrscheinlich zwischen der ersten Invasionsstreitmacht und denen in den Chroniken genannten Größen von 140.000 liegen. Also irgendwie zwischen 15.000 und 140.000 irgendwo in der Mitte, vielleicht was viele denken, vielleicht so um die 70.000, 80.000. sind auf jeden Fall schon eine ordentliche Masse. Schlussendlich soll es aber heute auch gar nicht um die Größe der Invasion gehen oder überhaupt eigentlich gar nicht um die Invasion durch die Mongolen. Denn eigentlich ist es jetzt an der Zeit für mich mal so langsam, mit der Einleitung der heutigen Geschichte zum Ende zu kommen. Und auch wenn es heute ganz bestimmt keine meteorologische Folge werden soll, müssen wir uns nochmal den beiden Stürmen widmen, die Japan vor der Invasion bewahrt haben. Denn der Name, den diese beiden Stürme im 13. Jahrhundert bekommen haben, ist weltweit bekannt. Aber kaum jemand wird bei diesem Namen an ein Wetterphänomen denken. Kamikaze. Exakt. Denn der Name dieser beiden Stürme ist Kamikaze. Heute wird dieses Wort synonym für Aktionen genutzt, bei denen der Verlust des Lebens des Ausführenden als Teil der Strategie in Kauf genommen wird. Die meisten, die das Wort kennen, werden dabei sicherlich an Piloten denken, die nicht mit Waffen auf den Gegner schießen, sondern die mit ihrem Flugzeug zusammen die Waffe sind. Das japanische Wort Kamikaze besteht aus den Teilen Kami für Gott, Geist oder Göttlichkeit und Kaze für Wind oder Kase. Das Wort stammt aus der sogenannten Waka-Dichtung und wird logischerweise eben seit dem späten 13. Jahrhundert verwendet. In den internationalen Sprachgebrauch geschafft, hat es das Wort natürlich erst viel später. Und dazu versetzen wir jetzt mal eben schnell Ort und Zeit des Raumzeitschiffs und fliegen knappe 5000 Kilometer Richtung Osten und 668 Jahre in die Zukunft in das Jahr 1942. In Europa tobt nun schon seit einigen Jahren der Zweite Weltkrieg und fordert viele, viele Opfer. Aber in Japan ist es Anfang der 40er auch alles andere als ruhig. Mit dem Angriff auf den Marinestützpunkt der USA in Pearl Harbor Ende 1941 ist Japan aktiv in den Zweiten Weltkrieg eingetreten und der Pazifikkrieg als Teil des Zweiten Weltkriegs hat begonnen. Noch vor der offiziellen Bildung von Kamikaze-Einheiten gab es Piloten, die absichtlich irgendwo abgestürzt sind, wenn ihre Flugzeuge schwer beschädigt waren und sie nicht riskieren wollten, gefangen genommen zu werden oder wenn sie dem Feind so viel Schaden wie möglich zufügen sollten, da sie ohnehin wussten, ich stürze gerade ab. Solche Situationen gab es sowohl bei den Luftstreitkräften der Achsenmächte als auch bei denen der Alliierten. Diese Selbstmorde werden aber zunächst als individuelle, spontane Entscheidungen von Männern, die mental auf den Tod vorbereitet waren, angesehen. Also das waren freiwillige Entscheidungen. Ein Beispiel hierfür könnte sich direkt am 7. Dezember 1941 während des Angriffs auf Pearl Harbor ereignet haben. Das Flugzeug von Oberleutnant Fusata Iida war getroffen worden und hatte Treibstoff verloren, als er es offenbar für einen Selbstmordanschlag auf die Naval Air Station Kaneo benutzte. Vor dem Start hatte er seinen Männern gesagt, dass er sein Flugzeug, sollte es schwer beschädigt werden, in ein würdiges, feindliches Ziel abstürzen lassen würde. Zum Zeitpunkt des Kriegseintritts von Japan in den Zweiten Weltkrieg kennt in den USA noch niemand das Wort Kamikaze. Aber das sollte sich über die nächsten Jahre ändern. Insbesondere eine Schlacht zwischen den USA und Japan war wichtig für die Entscheidung Japans, Kamikaze als Taktik im Zweiten Weltkrieg einzusetzen. Und das war die Schlacht von Midway. Und genau da befinden wir uns zum eigentlichen Start unserer Geschichte jetzt. Das Midway-Atoll erlangte während der Operation AI dem Angriff auf Pearl Harbor, zunächst an Bedeutung für die Japaner, denn sie griffen Midway in der Nacht vom 7. auf den 8. Dezember 1941 an. Das Atoll wurde von zwei japanischen Zerstörern der sogenannten Midway-Neutralisierungseinheit beschossen, um den Rückzug der Flotte von Hawaii abzusichern. Das Unternehmen war allerdings eine Verschwendung japanischer Ressourcen, weil sich auf der Insel zu dieser Zeit keine US-Streitkräfte befanden, die den japanischen Schiffen, die Pearl Harbor angegriffen hatten, irgendwie wirklich Schaden hätten zufügen können. Die Operation MI war im Grunde als Ergänzung zu dem japanischen Erfolg geplant, der die Schlachtschiffstärke der US-Pazifikflotte in Pearl Harbor eliminiert hatte. So sollten nun die amerikanischen Flugzeugträger und andere noch existierende große Kriegsschiffe ausgeschaltet werden, um den Japanern freie Hand im Pazifikraum zu geben. Der Plan sah vor, die beiden kleinen Atollinseln, Sand Islands und Eastern Islands. Und man muss wirklich sagen, das sollte jeder einmal wissen, das Midway-Atoll. Wir reden hier in Summe bei beiden Inseln von sowas wie fünfeinhalb Quadratkilometern. Also es ist nichts. Es ist eigentlich gar nichts. Also der Plan sah vor, diese beiden kleinen Atollinseln einzunehmen und dann dort eine japanische Luftbasis aufzubauen. Das sollte die Amerikaner veranlassen, ihre Trägerflotte nach Midway-Inmarsch zu setzen. Und die kampferprobte japanische Übermacht, wollte sie dort angreifen und möglichst alle feindlichen Flugzeugträger vernichten. Der Angriff sollte zeitgleich eine Vergeltungsmaßnahme für einen Luftangriff auf Tokio im April 1942 sein und sollte zur Vorbereitung auf mögliche gegnerische Angriffe gegen die Inselgruppe der Fijis und Samoa sein. Vom 4. bis 7. Juni 1942 bekämpften sich die USA und Japan hier in einer großen Seeschlacht. Die USA hatte drei Flugzeugträger und 50 weitere Schiffe im Einsatz. Auf der Seite der Japaner waren es vier Flugzeugträger und ca. 150 weitere Schiffe. Trotzdem konnten die USA siegreich aus dieser Schlacht hervorgehen. Die USA verloren einen Flugzeugträger, einen Zerstörer und 98 Flugzeuge. 307 Tote waren zu verzeichnen. Die Verluste Japans waren dagegen desaströs. Alle vier Flugzeugträger waren verloren. Ein Kreuzer und ungefähr 300 Flugzeuge. Über 3000 Tote waren zu verzeichnen. Das war ein Wendepunkt im Pazifikkrieg, denn ab diesem Zeitpunkt musste Japan von der Offensive in die Defensive übergehen. Die Flugzeugträgerschlachten im Jahr 1942, insbesondere halt die Schlacht um Midway, fügten der kaiserlich-japanischen Marineflieger-Truppe irreparable Schäden zu, sodass sie nicht mehr in der Lage war, eine große Anzahl von gut ausgebildeten Flugbesatzungen zusammenzustellen. Die haben eigentlich damals effektiv alles in die Waagschale geworfen. Und naja, die japanischen Planer waren von einem kurzen Krieg ausgegangen und hatten keine umfassenden Programme, um die Verluste an Schiffen, Piloten und Matrosen zu ersetzen. Die Schlacht um Midway und die Feldzüge auf den Salomonen und in Neuginea dezimierten die Veteranen der Flieger-Truppe und es war einfach unmöglich, deren Kampferfahrung irgendwie zeitnah zu ersetzen. In der Hitze eines Gefechts aus einem Flugzeug eine Bombe zielgerichtet auf ein Schiff fallen zu lassen, ist alles andere als einfach. Sicher ist es nicht mal einfach, in einer solchen Situation überhaupt ein Flugzeug zu fliegen, aber es ist einfacher, nur auf das Ziel zuzusteuern und zusammen mit der Ladung des Flugzeugs zur Bombe selber zu werden. Am 17. Oktober 1944 griffen die alliierten Streitkräfte die Insel Suluan an und eröffneten damit die Schlacht im Golf von Leyte. Die in Manila stationierte erste Luftflotte der kaiserlich-japanischen Marine hatte die Aufgabe, die japanischen Schiffe zu unterstützen, die versuchen sollten, die Streitkräfte im Golf von Leyte zu vernichten. Aber diese Einheit verfügte nur über 41 Flugzeuge. 34 trägergestützte Jagdflugzeuge, drei Torpedobomber, drei reguläre Bomber und ein weiteres Aufklärungsflugzeug. Die Aufgabe, vor der die japanischen Luftstreitkräfte standen, schien unmöglich. Der Kommandant der ersten Luftflotte, Vize-Admiral Takejiro Onishi, beschloss die Bildung einer Selbstmordoffensiv-Truppe, der sogenannten Special Attack Unit. Bei einem Treffen am 19. Oktober auf einem Flugplatz in der Nähe von Manila erklärte Onishi den Offizieren des Hauptquartiers der 201. Fliegergruppe, ich glaube nicht, dass es einen anderen, sicheren Weg gibt, die Philippinen zu halten, als eine 250-Kilogramm-Bombe an einer Zero anzubringen und sie auf einen US-Flugzeugträger stürzen zu lassen, um ihn für eine Woche außer Gefecht zu setzen. Im Japanischen lautet übrigens die offizielle Bezeichnung für Einheiten, die 1944 bis 1945 Selbstmordattentate verübten, Tokubetsu Kogekitai, was wortwörtlich übersetzt Spezielle Eingriffseinheit bedeutet. Das wird gewöhnlich zu Tokutai abgekürzt. Genauer gesagt werden die Luftselbstmordangriffseinheiten der kaiserlichen japanischen Marine offiziell Shinpu Tokubetsu Kogekitai, göttlicher Wind-Spezialangriffseinheiten genannt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde der Begriff Kamikaze in der japanischen Presse nur informell im Zusammenhang mit Selbstmordattentaten verwendet. Aber nach dem Krieg setzte sich diese Verwendung weltweit durch und wurde dann tatsächlich nach Japan reimportiert. Im Verlauf des Krieges starben mehr als 3000 japanische Piloten, bei Angriffen dieser Art auf die amerikanische Flotte. Die konkrete genaue Zahl ist nie ermittelt worden. Von ihrem Einsatz 1944 bis zur Kapitulation Japans sollen 34 Schiffe der US Navy versenkt und weitere 368 beschädigt worden sein. Rund 4.900 Leute der US Navy sollen den Angriffen zum Opfer gefallen sein. Versenkt wurden unter anderem die Sandlow am 25. Oktober 1944, die Omanel Bay am 4. Januar 1945 und die USS Bismarck Sea am 21. Februar 1945. Von den großen Flugzeugträgern der USA wurde jeder mindestens einmal getroffen, aber nur die USS Bunker Hill und die USS Enterprise wurden so schwer getroffen, dass sie für den Rest des Krieges außer Gefecht gesetzt waren. Die meisten der getroffenen Schiffe waren Zerstörer der Frühwarnkette und Unterstützungsschiffe. Im Verlauf des Krieges wurden in Japan sogar Flugzeuge speziell für den Einsatz als Kamikaze-Waffe entwickelt und gebaut. So zum Beispiel die Yokosuka MX-Y7. Ein Flugzeug, das nicht nur aussieht, als wäre es eine Bombe mit einem kleinen Cockpit und Stummelflügeln, sondern genau das war es nämlich auch. Der Plan war, dass diese fliegenden Bomben von Trägerflugzeugen in die Nähe der Ziele gebracht werden und dann ausgeklingt werden. Zunächst sollte der Pilot dann im Gleitflug noch weiter an das Ziel rankommen und dann die Feststoff-Raketentriebwerke, die eine Brenndauer von 8 bis 10 Sekunden hatten, zu zünden, um mit möglichst hoher Energie in das Ziel zu fliegen. Diese Modelle waren allerdings mit der Taktik nicht wirklich erfolgreich, weil das Flugzeug konnte im Gleitflug erstmal doch relativ gut abgeschossen werden und mit dem Schub der Triebwerke war es dann wieder so schwer zu kontrollieren, dass das Ziel oft verfehlt wurde. Flugzeuge waren aber nicht die einzige Kamikaze-Taktik, die Japan im Zweiten Weltkrieg verfolgt hat. Flugzeuge waren ja zur damaligen Zeit grundsätzlich bemannt, aber man kann den Ansatz ja auch auf Dinge übertragen, die vielleicht eigentlich gar nicht bemannt sind. Und damit kommen wir mal zum sogenannten Kaiten. Zwei japanische Offiziere, Fenrich Nishina und Leutnant Kuroki, die an Mini-U-Booten ausgebildet worden waren, hatten deren konstruktionsbedingte Schwächen in puncto Bewaffnung und Geschwindigkeit erkannt. Sie entwickelten den Plan, auf Basis des Typ 93 Torpedos ein Fahrzeug zu entwerfen, das die vorteilhaften Fähigkeiten der Mini-U-Boote, wie ihre Beweglichkeit und ihren guten Schutz vor Entdeckung durch Sonar und feindliche Beobachter mit der Geschwindigkeit und Zerstörungskraft des Torpedos verbinden sollte. Der Plan wurde mithilfe eines Ingenieurs der Marine 1942 ausgearbeitet, aber zunächst vom Marinestab abgelehnt. Erst als sich der Pazifikkrieg 1944 wirklich langsam deutlich zu Ungunsten Japans entwickelte, wurde der Bau eines Prototyps genehmigt. Besorgt darüber, dass der Plan des Kai-Ten ein überlebendes Piloten nicht vorsah, verlangte der Stab aber den Einbau einer Fluchtluke in den Prototyp. Wofür auch immer der wohl gewesen sein soll. In den Köpfen der Entwickler war eine Ausstiegsluke einfach nicht notwendig gewesen. Die Kai-Ten waren für den Abschuss vom Deck eines U-Bootes oder eines Überwasserschiffs oder von Küstenanlagen aus konzipiert. Der Kreuzer Kitakami war für den Abschuss von acht Kai-Ten ausgerüstet und nahm an Seestartversuchen mit dem Kai-Ten Typ 1 teil. Außerdem wurden zwei Zerstörer komplett zu Kai-Ten-Trägern umgebaut. Zwölf Zerstörer der Mazu-Klasse sollten folgen, aber nur der eine wurde fertiggestellt. In der Praxis wurden nur Kai-Ten des Typs 1, die mit der U-Boot-Methode ausgeliefert wurden, jemals im Kampf eingesetzt. 21 speziell ausgerüstete U-Boote trugen je nach Klasse zwei, vier, fünf oder sechs dieser bemannten Torpedos. Diese wurden auf Holzblöcken mit einem schmalen Zugangsrohr, dass das U-Boot mit der unteren Luke des Kai-Ten verbannt, am U-Boot festgezurrt. Auf diese Weise konnte die Besatzung vom U-Boot aus in den Torpedo einsteigen, während es unter Wasser war. Die Torpedos selber hatten eine sehr begrenzte Tauchtiefe, was wiederum dann auch die Tauchtiefe des U-Boots selber einschränkte. Dies ist einer von mehreren Faktoren, die für die sehr schlechte Überlebensrate der U-Boote verantwortlich gemacht werden, die sie einsetzten. Acht U-Boote der Japaner gingen verloren, wobei nur zwei feindliche Schiffe versenkt werden konnten. Sobald das Ziel erfasst und das U-Boot in Reichweite war, wurde der Pilot eingewiesen und das Cockpit wurde belüftet. Der Pilot betrat dann seinen Torpedo und erhielt seine letzten Befehle. Der Torpedo trennte sich dann vom U-Boot. Sobald er in der endgültigen Angriffsreichweite war, tauchte er auf, das musste er nämlich nochmal machen und der Pilot überprüfte dann per Periskop seine Reichweite und die Peilung und nahm die letzten Anpassungen nochmal vor. Dann tauchte er wieder auf eine geeignete Tiefe ab, machte den Sprengkopf scharf und setzte dann seinen Angriffslauf fort. Also wieder eine Möglichkeit, wo du eigentlich nochmal ordentlich, wenn du es mitkriegst, denjenigen abschießen kannst. Also es ist insgesamt einfach nur vollkommen krank, zu sagen, ich setze jetzt jemanden in einen Torpedo und dann lasse ich den halt damit mal losfahren und sich selbst in die Luft springen. Genauso krank, wie das mit dem Flugzeug ist, ist einfach Wahnsinn. Aber der Ideenreichtum, wie man die eigenen Soldaten verschwenderisch als Waffen einsetzen kann, war auch mit den bemannten Torpedos noch nicht vorbei. Kommen wir also mal zu den Fukuriyo. Sie waren ebenfalls Teil der japanischen Spezialeinheiten und waren darauf vorbereitet, sich der Invasion von alliierten Streitkräften auf den japanischen Heimatindel zu widersetzen. Der Name bedeutet wörtlich Crouching Dragon, also kauernder Drache. Und diese Männer wurden auch als Selbstmordtaucher bezeichnet. 6000 Männer sollten ausgebildet und mit einer Tauchausrüstung ausgestattet werden, die eine Tauchjacke und Hose, Tauchschuhe und einen mit vier Bolzen befestigten Tauchhelm umfasste. Sie sollten mit 9 Kilogramm Blei beschwert werden und mit flüssiger Nahrung und einem Luftreinigungssystem mit zwei 3,5 Liter Sauerstoffflaschen bei 150 Bar versorgt werden. Sie sollten in der Lage sein, bis zu 10 Stunden lang in einer Tiefe von 5 bis 7 Metern zu verweilen. Die Männer sollten außerdem mit einer Typ 5 Angriffsmine bewaffnet werden, die 15 Kilogramm Sprengstoff enthielt und an einer 5 Meter langen Bambusstange befestigt war. Während sie sich unter Wasser versteckten, sollten sie die Stange benutzen, um den durch Kontakt gezündeten Sprengstoff gegen den Rumpf eines vorbeifahrenden Landungsbootes zu drücken. Vor jedem potenziellen Invasionsstrand wurde ein Bestand an Minen am Boden verankert, die von den Kamikaze-Tauchern eingesetzt werden sollten. Das Überraschungsmoment war von entscheidender Bedeutung, um vergleichsweise einfache Gegenmaßnahmen zu vermeiden. Am 15. August 1945 waren 1000 Tauchanzüge fertig und 8000 weitere waren bestellt worden. Als Japan kapitulierte, waren allerdings nur 1200 Mann ausgebildet worden. Es gibt Berichte über einige Angriffe, bei denen angeblich ähnliche militärische Taktiken angewandt wurden. So wurde zum Beispiel ein Infanterielandungsboot am 8. Januar 1945 in der Yu-Passage auf den Palau-Inseln von Selbstmordschwimmern beschädigt. Die Japaner haben aber auch damit gerechnet, dass sie die Alliierten mit ihren Sprengtauchern nicht komplett aufhalten würden. Und so wurde noch eine weitere Kamikaze-Taktik geplant, wobei die Shih Tutsu Bakurai zum Einsatz kommen sollten. Diese Panzerabwehrwaffe wurde vom japanischen Kaiserreich während des Zweiten Weltkriegs entwickelt und auch eingesetzt. Die Waffe wurde von den Nahkampfeinheiten der kaiserlichen japanischen Armee benutzt. Und zwar war es eine konische Panzerabwehrmine mit Hohlladung, die sich in einem Metallbehälter befand und am Ende eines langen Holzstabs befestigt war. Und dies bezeichnet man im Englischen als Lunge Mine oder zu Deutsch Stoßmine. Die Waffe wurde 1945 offiziell von der japanischen Armee übernommen. Und in diesem Jahr forderte sie ihre ersten Opfer im Pazifik, wo sie vor allem gegen amerikanische Panzer eingesetzt wurde. Später im selben Jahr entdeckten US-Truppen einige Handbücher der kaiserlich-japanischen Armee zu dieser Waffe. Und man muss sich das wirklich so vorstellen. Du hast einen langen Stock und da ist am Ende diese Mine dran. Und damit rennst du auf einen Panzer zu und dann stößt du die Mine in das Fahrzeug, damit sie explodiert und den Panzer möglichst stark beschädigt und die Besatzung ausschaltet. Und dich selbstverständlich konsequent auch, weil du bist ja direkt am Start. Das Intelligence Bulletin berechtete im März 1945, dass die Streitkräfte der Vereinigten Staaten während der Invasion 1944 auf der Insel Leyte auf den Philippinen zum ersten Mal auf diese Waffe gestoßen sind. Und ebenfalls wird berichtet, dass bis heute alle Versuche des Feindes, die Stoßmine gegen Panzer einzusetzen, nicht komplett, aber doch großteilig gescheitert sind. Ja, es hat Beschädigungen gegeben, aber keine großartigen Toten oder komplett zerstörte Panzer. Und dementsprechend wurde sie als wahrscheinlich die seltsamste Art der Panzerabwehrladung von den US-Amerikanern bezeichnet. Der Krieg zwischen den USA und Japan endete bekanntermaßen mit dem Abwurf von zwei Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki und der Kapitulation Japans. Takajiro Onishi, der Admiral, der das erste Kamikaze-Kommando zur Verteidigung der Philippinen ins Leben gerufen hatte, beging am 16. August 1945 nach der bedingungslosen Kapitulation Japans in seinem Quartier Seppuku, also rituellen Selbstmord. In seinem Abschiedsbrief entschuldigte sich Onishi bei den rund 4.000 Piloten, die er in den Tod geschickt hatte, und forderte alle jungen Zivilisten, die den Krieg überlebt hatten, auf, sich für den Wiederaufbau Japans und den Frieden zwischen den Nationen einzusetzen. Er erklärte auch, dass er seinen Tod als Buße für die Kamikaze-Piloten und ihre Familien anbieten würde. Dementsprechend wählte er keinen Kachakunin. Dieser übliche Sekundant wird beim Seppuku ausgewählt, damit er denjenigen, der sich die rituellen tödlichen Verletzungen zugefügt hat, dann enthauptet, weil er soll ihn damit so vor einem langen und qualvollen Todeskampf bewahren. Da Onishi keinen Kachakunin ausgewählt hatte, starb er an den selbst zugefügten Verletzungen über einen Zeitraum von vermutlich bis zu 15 Stunden. Das Schwert, mit dem er Selbstmord beging, wird auch heute noch in einem Museum in Tokio aufbewahrt. Und damit endet meine Geschichte von göttlichen Winden und einer Kriegstaktik aus dem Zweiten Weltkrieg, die beide durch das Wort Kamikaze unweigerlich miteinander verbunden sind. Ich danke dir für die Geschichte, auch wenn es mal objektiv betrachtet keine schöne war. Ja, ich habe ja schon direkt am Anfang gesagt, es hat nicht funktioniert. Richtig, deine Ankündigung war sehr, sehr fehlleitend. Ja, also ich entschuldige mich dafür, es tut mir fürchterlich leid. Gut, ich möchte dir auch nicht auferlegen, jetzt hier rituellen Selbstmord zu begehen. Das sollte keiner tun. Ich muss noch Geschichten schreiben und erzählen. Ja, das wirst du tun. In zwei Wochen bist du wieder dran. Nächste Woche ich erstmal. Aber wenn euch grundsätzlich gefällt, was wir hier tun, auch wenn hin und wieder mal eine grimme Geschichte dabei ist, könnt ihr uns gerne dabei unterstützen, indem ihr uns weiterempfehlt oder uns dort, wo es Sterne oder Bewertungen abzugeben gibt, dasselbige tut. Und wenn ihr uns mal mit frischen Themenvorschlägen versorgen wollt, könnt ihr das selbstverständlich auch tun. Dafür haben wir jede natürlich einzelne E-Mail-Adresse, damit nicht beide wissen, dass es ein neues Thema gibt. Das wäre dann für Jan, jan-at-wissensreisende.de oder für mich, chris-at-wissensreisende.de Und wir sehen uns in einer ganz knappen kurzen Woche wieder am nächsten Freitag. Und bis dahin verbleiben wir mit dem einen Wort, das immer das letzte ist. Tschüss! Allerdings sehen wir uns nächste Woche gar nicht, sondern wir hören uns. Wissensreisende